Na, ich hasse dich! Alex, lösch mich! Ja! Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen! Bitte, schnell! Danke, Schatz! Bitte, Mars! Auf Wiedersehen! Du bist wie Jesus, hallo? Ich fahre aber scheiss Kaktus hier, ist mir egal! Ja, das kann nix! Zwischendurch denke ich einfach, dass ich auf Shift Sprinten habe, dann klicke ich schiff durchsteige einfach ab! Ja, sag ich nicht, du kannst nicht durch! Ich schau gar nicht, geh du mal alleine! Du bist so tief in die Muschifrau, Mama! Er ist auch vor einem geflogen! Nein, ich auch nicht! Ich bin also da! So, ich will sie nicht. Komm, ja bitte einfach ordre! Ja, Alex, komm! Wir haben hier noch! Sagst du einfach eigentlich, Kandidaten bitte! Ich bin bewusst, ich bin bewusst. Das gefällt mir so gut. Ich mach mir auf euch das auch gut. Deinem Style machen. Puttan allein, das schaut geil aus. Ja, ich will hier nicht so drei Teilen machen. Warum sagst du nicht, danke? Wenn ich dir ein Kompliment gibt. Danke, Schatz. Bitte. Du bist so... Kinder. Na? Bist du dumm? Na? Bist du dumm? Na? Bist du dumm? Na, weh, eh? Ich sehe gleich so einen Jonas in seinem eigenen Habitat. Was ist Habitat? Ich weiß, ob ich das Pokémon hab. Habitat? Ich weiß, ob ich das Pokémon hab. Ich weiß, wie es f*** ich heute. Das stimmt sogar. Wir haben das übelste Pokémon-Kammer. Haha, Schalock! Schau nicht um! Ich hab keine Ahnung! Ich bin doch alleine, Junge. Die haben Frauen vergewaltigt. Was? Hast du wirklich? Ja. Nein, du! Die ist so hart. Der Jonas ist auf, Bruder. Was macht der? OP-Helm! Was? Schutz... Level... 16.959 Feuerschutz 16.959 Was? Was ist so witzig? Ich will auch lachen. Was ist so witzig? Der Jonas... Was ist der Jonas? Hahaha... Ja... Warte! Weiter! Zwei Leute! Warte! Jonas... Äh... Finde ich das jetzt so witzig? Nein, nein. Das ist vielleicht Alex. Hahaha... Alex! Geht's dir schon gut? So langsam machen wir Sorgen, gell? Hahaha... Oh mein Gott... Hahaha... Was gehört denn Jonas? Hahaha... Hahaha... Oh mein Gott... Was soll ich mit ihm? Schon gut, ich habe gehört. Hahaha... Ja, ich weiß... Ich darf halt... Hahaha... Geh mal her, Jonas. Hahaha... Was tut er? Hahaha... Hahaha... Jonas... Du bist ja... Hahaha... 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 Ich bin in Verständnis... Du bist ja so witzig... Hahaha... Hahaha... Ah... Hahaha... 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 Ouh... Schau aber... Ah... Ah... Die Fähre im Maul... Schau sie, sie, sie... Schau... Hahaha... Ah... Huuhu... Ouhuhu... Ah... Hahaha... Er... Nee... Ahaha... Ah... Was macht er? Was macht er? Er muss ins Wasser, er muss ins Wasser. Das ist ja Ralf Kahn! Nein, der Mayer! Er hat sogar verwiegst! Er hat einen Juck detoniert. Du weißt wahrscheinlich, dass ich schon auf dem Zoo bin. Du hast ja noch einen Hack, dass man mich nicht sieht, dass ich auf dem Zoo bin. Ah ja. Ja? Dann tue ich jetzt deine Frau bannen, um sie hostage zu nehmen. Dann sag mal, wie er heißt meine Frau? You are banned from this server! Mutana, Milte! Was denn? Nichts! Wie hat sich immer so eine scheisse Kuh ausgeht? Mutana, Milte, ich bring dich um! Nein, dann mach ich. Nein. Ja! Ja! Ja, ich mach jetzt ein Minster! Ja! Ja! Attentat! Nein! Ja, ja! Nein, das ist ja nicht wirklich! Ich mag wirklich gar wie in einer Kuhfarmer anfangen. Du hast mir total die Game-Experience zu spüren. Nein, nicht! Und den lässt du auch einigen, weil der ist auch so. Was? Gar nicht! Jetzt reicht es! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Da ist eine Atome-Explosion im Gehirn! Ach, jetzt haltest du das halten! Lass das! Ich bin so... Ich bin so... ... ... Kohle! Kohle! Kohle, Kohle, Kohle! Ah, na. NAAAAN! Mach die Tierzeit, du hast noch eine Dieon! Geh bitte weg. Im Morgen teilen, mach auf mein selber. Alex, geh weg von mir. Ich reporte den scheiß Notch und eine Wand für dich. Aua, Aua, Aua! Ja, das ist nicht so weh, das wohl schon da. Ja, ja, lass das. Geh weg. Du hast besseres zu teilen. Und ich auch. Tschüss. Aua, Ui. Putana, geh weg! Geh weg! NAAAAIA! Lass mich aus, sieh! Lass mich aus, sieh! Greek. Geh mit mir wieder! Geh mit mir wieder! Eie, Eie, da... Eie, 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 das sieht mir das Bäuer. Ihr will eigentlich nicht noch mal als mein Glor. Ich hab das gerade gesagt. Komm, komm, mehr! Ne, haltet das däppliche Weiche. Tschüss, guys. Ich lasse genau mit Ruhe, in Ruhe. Ja, sei gar nicht. Ich stirb doch vor Lachen, glaube ich. Nicht explodieren, nicht explodieren. Bitte gern, da sind drei Creeper. Aber du hast nichts hingangen, es ist nichts hingangen. Master Builders! Master Builders! Master Builder? Master Builder? Das hat sich grad voll geil umgekehrt bei mir. Ja. Du hast mittelst hin nach Elektronik, du hast mittelst hin nach Roboter geklungen. Ja, ich weiß. Alter, gewittert's. Ja, bei mir ist das schönste Wetter. Bei mir ist das nicht... Also da, ein Ding, ja, ein Gewitter. Alle! Zeiss, Felix! Sechs. Sechs los, Alex. Weißt du, weil wir hatten ja sechse gebraucht, gell? Ja, es geht nicht, fünf. Hurensohn, du kannst eh nix. Danke, dass ich auch gleich beleidigt habe. Auf direkt Hurensohn, du kannst nix. Ja, danke. Ja, das schickte recht, der Schweil. Ich muss ja festgewinnen. Jetzt fliegt mir doch irgendwas von dir raus. Ich gebe auf den Server das erste, was ich herrisch. Du Hurensohn, du kannst nix. Ja, ich kann mich halt direkt verstechen gehen. Scheisse. Ja? Mal wenn ich so einen Meme im Spiegel ziehe, was weiß ich das? Was ist denn da alles? Das ist mein Mülleimer. Mein Mülleimer. Du, mein Kollege von uns hat sich heute schon verschissen. Warst du so? Er hat nach fünf Stunden geklappt. Warum denn? Weil er hat sich ins Bett in ihr Glück und da hat er einfach gewachsen. Und dann ist es passiert. Mein Mülleimer, du hast schon die Chance dazu. Hä? Auf fünf, wenn er mir da ist. Ja, und du hast zugeschaut oder was? Ja, Alex, wir haben zugeschaut. Wir haben ihm geholfen auch noch. Dixer. Fuck. Fuck. Hannes, schauen wir heute die Folge Doktor U. Doktor Erweng. Doktor Erweng. Doktor Erweng. Doktor Erweng. Weil ich kann jeden Typ aus mir ran. Ich wohin jeder drinnen. Oh, Schöner. RIP. Wie heißt es? Sarah Preiss. Einer Mama von Jonas. Ist sie auch? Ich konnte in der Sam-Hilfe. Jonas, ich will dich nicht enttäuschen, aber du kommst nicht mehr mit der Bus-Verbindung. Felix. Ja, Jonas hat ein Auto. Ja, heul schon, aber. Er hat noch nicht die praktische Brücke von ihm. Oh, Felix. Ja. Wem juckt's el. Weißt du, Felix? Bei der Dritten kannst du intelligent sein wie nix. Wenn du nicht tissen kannst, dann bist du vor ihnen dumm. Ja. Schau, irgendwann kommt der Einstein so einig, Jonas. BIS DU dumm, Schabels! Junger Hund! Warum steckst du dich da und da aussie? Bist du grausig? Uuuuhhhhhh! 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 Der Florian? Computer behalten! Du hast sie irgendwie in allen Geset gespeichert. Ja! Moby Dick! Super! Ich habe jetzt Fake-Specke eingespeichert. Und in Jööö habe ich jetzt Jolucer-Mann eingespeichert. Ja, bei dir passt es ja auch. Ja, wir machen ja. Wolltest du nicht, dass du bei jedem eine Insel hast? Shit, 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 Shit! Shit! Hahahaha Tum weiter! Tum weiter! Nein! No! Hahaha 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 Wird viel Monster sein Bauer und Fackeln Schau ich hatte ein paar Games sogar Ja, Bowenblock in 1.8 zu mit Gipser Ja Willst du amal deine Fresse halten? Das war's für heute.